Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einem neuen Video hier auf Penread Music und heute geht es um die Top 100 Singles dieses Jahres. Ich habe in den letzten Wochen kein Video gemacht, ich glaube es ist zwei Wochen her, dass das letzte Video auf diesem Kanal erschienen ist, was eine ziemlich lange Zeit ist. Es ist aber nicht so, dass ich untätig gewesen wäre, ganz im Gegenteil, ich habe was ziemlich Großes gemacht, für mich persönlich was Großes, nämlich ich habe ein Magazin geschrieben. Ein komplettes Magazin mit 80 Seiten, wo es natürlich eben, wie man schon lesen kann, um 2023 geht hauptsächlich um die besten 100 Songs, um die 50 besten Alben, um ein paar Honorable Mentions. Es gibt vier Interviews unter anderem mit Endless Wellness, mit den Leftovers, mit Soph, mit Hannes Schultz. Es gibt sehr viel zu entdecken, wenn euch das interessiert, der Link ist unten in der Beschreibung verlinkt zum Magazin und da können sie euch das dann für 9,90 Euro erwerben. Würde mich sehr freuen. Jedenfalls gibt es aber jetzt natürlich auch als Video diese ganzen Best-of-Listen. Ich bin relativ spät dran, vergleichsweise mit anderen. Es gibt ja sehr viele Medien, die diese Best-of-Listen schon zu Beginn des Monats Dezember raushauen. Finde ich aber irgendwie ein bisschen unnötig, weil es ist ja nur ein ganzer Monat und es gibt auch den ein oder anderen Song, der es noch in diese Liste geschafft hat, der erst vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, gibt es natürlich diese ersten 50 Plätze, also von 100 bis 51, jetzt einfach nur im Schnellduchlauf. Da müsst ihr dann einfach mal stoppen oder eben ihr schaut sich solche Magazinen an, was da tatsächlich alles drinnen ist. Wir starten mit Platz 50 und das ist Bibica mit Chic mit Jack. Wunderbarer Song gewesen, hat mir gut gefallen. Christine and the Queens folgt auf Platz 49 mit dem Song Tears Can Be Soft. Ein ganz herrlicher Track. Celine und Paula Hartmann finden sich dann auf Platz 48. Eine feministische Powerhymne, extrem wichtiger Song, geht vollkommen unter die Haut, also absoluter Wahnsinn. Auf Platz 47 findet sich schon Big Thief mit Vampire Empire. Hätte man vielleicht ein bisschen höher ranken können, über die Schönheit muss man dann nichts mehr sagen. Big Thief, einfach fantastisch. Arm & Tammer findet man dann auf Platz 46 mit The Gods Must Be Crazy. Wahnsinn, einfach Wahnsinn, experimenteller Hip-Hop von einem anderen Stern. Auf Platz 45 dann die Kollaboration zwischen Björk und Rosalia Aurel. Kompletter Wahnsinn. Also Björk hat diesen Song sehr lange aufbehalten und sie hat sich dann eben auch für den richtigen Zeitpunkt entschieden und der war jetzt zur Veröffentlichung mit Rosalia gedacht. Sehr coole Sache. Auf Platz 44 Charlie XCX mit Speeddrive. Kann nicht genug bekommen von diesem Song. Fantastisch. Platz 43 geht an Travis Scott und Sirens. Wunderbare Sache. Spillive auf Platz 42 mit Schwerkraft. Da legt man sich hinein. Da will man einfach immer bleiben. Platz 41 geht an Cara Jackson mit Lily. Platz 40 an Shindy mit Kostas Freestyle. Für mich immer noch eine der größten Überraschungen, wie extrem geil dieses Album geworden ist. Auf Platz 39 haben wir Beyoncé mit My House. Das ist eben beispielsweise so ein Song, der erst vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Aber der überzeugt mich vollkommen. Der hat alles. Der hat eine super coole Entwicklung. Da passiert einfach sehr viel. Beyoncé ist derzeit einfach wirklich unglaublich stark. Auf Platz 38 findet sich dann George Smith mit Falling or Flying, den titelgebenden Song ihres Alums. Ja, ist glaube ich der Beste auf dieser ganzen Platte. Auf Platz 37 ist Billie Eilish mit What Was I Made For. Braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Also es ist vielleicht der untypischste Barbie Song aus dem Barbie Soundtrack. Aber auch der Beste. Auf Platz 36 finden sich Endless Wellness mit Hand im Gesicht. Liebe ich. Ich liebe diesen Song von vorne bis hinten. Ich lese jetzt die Psychologie heute ein bisschen öfter, glaube ich. Und ja, ist einfach fantastisch. Also ich bin sehr gespannt, wo die Reise für Endless Wellness hingeht. Gibt es eben auch ein Interview im Magazin. Auf Platz 35 ist dann Hannah Diamond mit Toaster Girl. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Song habe ich am öftesten geballert in den letzten Monaten. Ich feiere diesen Hyperpop, wenn er so aufgebaut ist. Einfach extrem. Super cool. JPEG Mafia und Danny Brown mit Scaring the Hoes sind auf Platz 34. Das ganze Album war fantastisch. Dieser Song ist fantastisch. Passt vollkommen. Auf Platz 33 finden wir die Libertines mit Night of the Hunter. Auch dieser Song. Sehr, sehr neu. Ich bin sehr gespannt auf dieses Album. Ich liebe dieses Schwanensee-Thema von Tchaikovsky, das sie hier ein bisschen abändern. Also ganz fantastisch. Karl, Pete, sie singen wunderbar zusammen. Auf Platz 32 dann The Beaches mit dem Song What Doesn't Kill You Makes You Paranoid. Auch das so ein absoluter Orwurm-Song, den man einfach nicht mehr loswerden kann. Ich liebe ihn. Auf Platz 31 Amore mit Co-Star. Super Sache. Auf Platz 30 ist Baby Kim mit Kendrick Lamar und die Hillbillies. Die Cousins verstehen sich einfach sehr gut. Da kommt was sehr Schönes, Fettes dabei raus. Auf Platz 29 Lorraine mit Five to Eight Hours a Day. Da hätte man irgendeinen anderen Lorraine-Song auch nehmen können. Die sind alle so fantastisch gewesen auf diesem Album. Ja, muss man einfach gehört haben. Auf Platz 28 dann Jonas Sternberg mit People Are Toys To You. Das ist so ein ergreifender, so ein wunderbarer Song. Ja, legt man sich hinein. Auf Platz 37 Anony and the Johnsons mit Rest. Unglaublich stimmgewaltig. Sehr, sehr stark gemacht. Und dann auf Platz 26 schließlich noch Doja Cat mit Painted Town Red. einem der größten Hits dieses Jahres, aber auch einem der größten Banger dieses Jahres. Ab Platz 25 werden wir jetzt ein bisschen mehr über die ganzen Songs sprechen. Und da starten wir direkt rein mit Oskar Haag und seinem Song Living for Monaco or Wherever the Fuck We Want To Go. Der Opener von seinem Album. Es ist einfach nur fantastisch. Wer eine Bestätigung für diesen ganz großen Hype von Oskar Haag braucht, der soll sich einfach nur diesen Song anhören. Ich finde diesen Opener unglaublich. Der zeigt dieses enorme Talent von Oskar Haag. Einfach, ich mag diesen ganzen Ansatz, diesen Aufbau, diese Songs. Der ist so richtig durchzogen von dem Drang, immer nach vorne zu gehen. Es ist so eine echte Indie-Hymne. Ja, die ist sehr vielseitig und auch sehr ansteckend gewesen. Also für mich einer der besten Songs dieses Jahres. Auf Platz 24 findet sich dann Ray mit Oscar Winning Tears. Da muss ich sagen, ist für mich eigentlich auch nur die Bestätigung dessen, was wir uns alle schon gedacht haben. Ray ist einfach endlich angekommen. Sie ist jetzt da, wo sie hingehört, nämlich ganz oben in den Charts und auch ganz oben in der Riege der neuen R&B-Stars. Oscar Winning Tears zeigt einfach diese stimmlichen Stärken von Ray ganz hervorragend. Aber auch ihr Gespür für Storytelling im Allgemeinen. Es ist wirklich sehr viel, was hier passiert. Aber vor allem, glaube ich, steht die Stimme einfach wirklich mal so richtig im Vordergrund. Sie zeigt uns, was sie kann. Und das ist einfach nur sehr wohltuend. Das ist sehr schön durchdacht. Das ist richtig gut gemacht. Das ist sehr opulent. Das ist sehr aufrichtig. Das ist ein bisschen Retro. Da passt einfach sehr viel zusammen. Auf Platz 23 finden wir Angie McMahon mit dem hervorragenden, herausragenden Song Letting Go. It's okay. Make mistakes. Wenn Angie McMahon dir das sagt, dann glaubt man ihr das einfach. Es ist so eine richtig wuchtige Single. Das macht richtig viel mit mir. Da ist sehr viel Mut mit dabei. Das ist so ein Track mit ganz ordentlichem Drive, der auch stilistisch sich irgendwo zwischen Florence and the Machine und ein bisschen Kate Nash bewegt, finde ich. Aber die Lyrics sind so on point und das macht so richtig Spaß. Der Sound ist einnehmend und ja, gegen Ende ist man einfach nur wirklich gut drauf. Also es ist eine wirkliche Mutmacher, ein Mutmacher-Track. Und ich glaube, man sollte sich diese Worte schon sehr zu Herzen nehmen. Also Angie McMahon hat da ganze Arbeit geleistet. Das ist ein unglaublicher Orwum und einfach ein fantastischer Track gewesen. Auf Platz 22 finden sich The 100 Gags mit Hollywood Baby. Die interessieren sich ja einfach überhaupt nicht dafür, wie sie klingen, was sie machen, ob es gut ankommt oder nicht. Aber es kommt einfach alles gut an und es klingt alles sehr gut, auch wenn sie vollkommen mit Normen brechen. Es ist so Charlie X, Eric Sound, aber auch ein bisschen Blink von 82, den man hier zuhören bekommt. Ich mag das volle gerne. Es ist ulkig, das Riff geht vollkommen ins Ohr. Es ist sehr überladen, aber es ist so Hyper-Pop mit satten Gitarren und einer Prise. Sagen wir mal Weirdness. Man würde es einfach lieben. Also ich mag es sehr gern. Auf Platz 21 dann Karajan Polacek mit I Believe. Einer der besten Songs dieses ganzen Albums. Wobei, nimm irgendeinen Song raus. Alles waren Hits auf diesem Album. Desire, I want to turn into you. Hier gibt es eben diese schimmernden Retro-Stimmungen mit ganz frechen, aber auch glamourösem Touch zu hören. Der Grundton ist einfach sehr nach vorne ziehend. Er macht sehr viel Spaß. Es gibt den ein oder anderen fantastischen Schnörkel noch zu bieten. Die Vocals, die klingen auch extrem vertraut. Und ja, sie sind auch sehr beeindruckend. Karajan Polacek hat einfach ein unglaubliches Falsett. Und ja, dann gibt es noch dieses Taccato, der Synthesizer, der einfach sehr passend alles ausdrückt, was sie machen will oder was sie ausdrücken, aussagen wollte mit diesem Song. Es ist einfach ein traumhafter Track. Auf Platz 20 findet sich Soph mit Go Out and Dance. Und ich glaube, diesen Song kennen noch nicht so viele, aber ihr solltet euch diesen Song unbedingt anhören. Er ist einfach nur fantastisch. Er ist im Rahmen eines Dokumentarfilms sozusagen der Welt vorgestellt worden. Richtig schön, wie diese Lyrics und dieser Sound zu den Bildern von Ramona Waldners Film wie ihr seht, noch zusammenpassen. Es ist unglaublich. Es ist so eine mitnehmende Wellenbewegung an Emotionen und auch ein gewieften Gitarrenspiel samt sehr eindringlichen, aber auch einzigartigen Vocals, die Soph einfach auszeichnen. Es ist wunderbar. Dieser Song zählt sicherlich zu den tanzbarsten Nummern von Soph in ihrer Diskografie. Und er bleibt auch sehr im Gedächtnis. Also ich bin vollkommen begeistert. Da kommt nächstes Jahr ein Album aus. Ich bin sehr gespannt. Auch Soph habe ich interviewt im Magazin. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, der Link ist verlinkt. Das klingt einfach ein bisschen komisch. Auf Platz 19 steht Victoria Monet mit On My Mama. Das Video zu diesem Song liebe ich über alles. Diesen Song liebe ich über alles. Es ist so Soul mit R&B, mit sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Sexiness. Es gibt sehr viele Triumphe. Es gibt diese Trompeten im Hintergrund. Es ist einfach ein sehr feines Konstrukt. Es ist ein glamouröser Song, aber auch einer mit ganz viel Orwunpotenzial. Also es ist eine wirklich super coole Hymne von Victoria Monet gewesen. Auf Platz 18 steht Troye Sivan mit Rush. Ein herrlicher, sommerlicher Wohlfühlsound, würde ich sagen. Troye Sivan ist ohnehin jetzt schon eine Ikone der LGBTQIA-Plus-Bewegung. Wirklich fantastisch. Mit diesem Song hat er sich 2023 sicherlich diesen Status nochmal ein bisschen mehr zementieren können. Es ist ein sehr glitzernder Clubbanger, der ansteckt und bei dem man förmlich einfach diese Schweißperlen auf den Stirnen der Tänzerinnen und Tänzer zu sehen bekommt. Es sind wie so oft die vermeintlich einfachen Melodien, die die ganz große Treffsicherheit bieten können. Und auch hier hört man das bei Troye Sivan und Rush. Auf Platz 17 ist Dua Lipa und Houdini. Ich bin sehr gehypt auf das neue Album. Ich mache da gar keinen Hehl draus. Tame Impala ist mit dabei. Tame Impala, Dua Lipa, da kann nur was Fettes dabei herauskommen. Ich bin sehr, sehr froh drauf. Houdini war super, ein super Vorbote, super ansteckend. Mit diesem für beide Sänger, für beide Musiker sehr typischen Elementen einfach nur ein fetter Banger gewesen. Auf Platz 16, Olivia Rodrigo, Vampire. Auch wenn diese ganzen Pop-Punk-Sachen Olivia Rodrigo so extrem gut stehen, muss ich sagen, Vampire ist für mich einfach noch einmal ein bisschen besser gewesen. Es ist diese Power-Ballade, die sich so richtig glänzen lässt. Es ist so quasi ein zweites Driver's License gewesen. So eine super Weiterentwicklung davon. Ich liebe es, wie sie in der Bridge dann auch diese ganze, ja so richtig nochmal die Sau rauslassen kann. Das macht so richtig Bock drauf. Sie hat eine atemberaubende Stimme, muss man sagen. Und natürlich auch immer einen aufrichtigen Text dabei. Super Song gewesen. Auf Platz 15, Jessie Ware mit Pearls. Ich liebe Jessie Ware, ich liebe Pearls. Es ist eine wunderbare Mischung aus Schlichtheit, verspielten Melodien, verspielten Mustern, Synthesizer natürlich auch, die zum Niederknien sind. Also dieser Song läuft bei mir auf und ab, seitdem er rausgekommen ist. Ich glaube, das war im Februar. Es passieren so viele Dinge in diesen vier Minuten. Da wird so ziemlich alles ein- und abgerissen, was die Bude einfach nur hergeben kann. Es ist sehr viel Verträumtes mit dabei. Es ist sehr viel Glitzerndes mit dabei. Auch wenn der Bass dann wieder als ganz großer Anpeitscher dient. Also that feels good, kann man hier einfach wörtlich nehmen. Jessie Ware, Pearls, super geiler Song. Auf Platz 14, Genesis of Uso mit dem Song Living the Light. Living the Light ist ein herausragender Track, ist der Opener zum zweiten Album Struggler. Ist ein Clubbanger mit einer gewissen Prise Horror. Wir haben das damals eh, glaube ich, ziemlich ausführlich besprochen in der Genesis of Uso Review. Man bekommt hier eben auch einen Vorgeschmack, wie dieses Album überhaupt klingen soll. Es gibt diese Hetze, es gibt diese Rastlosigkeit, die man zu hören bekommt. Es ist sehr satt, aber auch ein wahnsinnig starker Opener einfach von diesem Album gewesen. Also ich kann mich da hineinlegen. Auf Platz 13, die Leftovers mit Ohne Dich. Ich war mir nicht sicher, welchen Track ich von den Leftovers nehmen soll, weil sie haben so viele geile Songs geschrieben. Aber ich finde, Ohne Dich ist einfach derjenige, der noch am meisten heraussticht, weil eben Anna singen darf, weil Anna aus dem Nichts kommt und so eine unglaubliche Vocal-Performance raushaut. Und das ist so stark gewesen. Also ich finde, das ist unglaublich, wie man einen Song aufbauen kann, wie diese Mehrstimmigkeiten dann daherkommen, wie sich dieser Song entwickelt, von dieser langsamen Ballade hin zu diesem wilden, geordneten Chaos. Das ist einfach was Wunderbares, auch wenn man sich dann im Hinterkopf behält, wie sie über ihre Beziehung singt, die auch so gediegen anfängt und dann eben in diesem Chaos endet. Also das ist wirklich herausragend gemacht von dieser jungen Band. Die Leftovers für mich sowieso eine der besten Bands in diesem Jahr gewesen. Das war fantastisch. Auf Platz 12 findet sich dann Boy Genius mit Not Strong Enough. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Es ist der radiotauglichste Song von Boy Genius gewesen überhaupt. Aber deshalb ist er ja nicht schlecht, sondern einfach nur sehr ansteckend. Also jeder wird sich ein bisschen damit anfreunden können. Von der ersten Sekunde ist man da mit ihnen vollkommen mit dabei, mit auf ihrer Reise in der Freundschaft, aber auch gleichzeitig in diesem Gottkomplex gefangen, in diesem Selbsthass gefangen, den sie hier bezeichnen. Es sind eben diese Tracks, die Betroffenen einfach sehr viel Mut machen und die so typisch sind für die ganze Diskografie von Phoebe Bridger, von Lucy Dacus und natürlich auch von Julian Baker. Das macht Boy Genius einfach aus. Auf Platz 11 haben wir A$AP Rock mit Mindful Solutionism. Ja, ist nicht so lange her, dass ich dieses Album reviewt habe. Ich will da gar nicht mehr viel dazu sagen. Er ist der Meister des ausgeklügelten Wortspiels. Es ist absolut fantastisch. Ich lege mich hinein. Der Beat ist geil, die Lyrics sind geil, A$AP Rock ist geil. Hört sich diesen Song an. Er ist ziemlich, ziemlich cool. Auf Platz 10 TK Meitzer mit Ringerling. Dieser Track ist einfach nur mächtig. Dieser Track ist, glaube ich, eben einer, den Doja Cat eigentlich gern machen wollte, aber den TK Meitzer wirklich der Welt geschenkt hat. Das sind diese eine mit den Popmelodien, aber dann auch wieder diese sehr weirden Rap-Sachen. Also das macht einfach Bock. Das ist so richtig anziehend. Das ist so richtig hypend. Ich mag es voll gern. Auf Platz 9 Bilderbuch mit Soft Power. Ja, Bilderbuch, die besten Nummern von Bilderbuch sind einfach immer die mit diesen fetten Gitarren und mit diesen massiven Verzerrungen, die man im Hintergrund hört, die den Raum dann aber auch komplett ausfüllen dürfen. Soft Power, das zeigt sich einfach sehr gewaltig und dennoch eigentlich relativ, sagen wir mal, reduziert. Es greifen halt immer alle Räder so wunderbar ineinander, wenn Bilderbuch was Neues macht. Ich mag sogar diesen ganz klassischen UAE, UAE und so weiter Chor. Den kann jeder mitsingen, den wird jeder mitsingen. Das Riff ist zum Niederknien. Ich mag es, ich liebe es. Bilderbuch, Soft Power, einer der besten Songs dieses Jahres gewesen. Auf Platz 8 haben wir Pink Pantheress und I Spice mit Boys A Liar Part 2. Dieser Song ist zwar nicht neu und ich habe keine Ahnung, was dieses Lied so besonders macht, aber irgendwie haben Pink Pantheress und auch I Spice die richtigen Knöpfe gefunden, dass ein weltweiter Hit entstanden ist, dass auch ich nicht losgekommen bin von diesem Song. Ich habe keine Ahnung, um wen es in den Lyrics geht. Ich weiß nur, dass er ein Lügner ist, aber ist mir scheißegal, weil er hat dafür gesorgt, dass die beiden einen absoluten Banger aufs Tableau bringen. Danke sehr dafür. Pink Pantheress, I Spice auf Platz 8. Auf 7 haben wir Mitski mit Heaven. Dieser Song ist für mich einfach nur bezaubernd. Mitski hat mit diesem neuen Album ja auch wirklich wieder zu ihrer früheren Stärke zurückgefunden. Sie hat mal die Synthesizer mehr oder weniger weggelassen, ist wieder so ein bisschen reduzierter aufgetreten und das hört man auf Heaven. Es ist so eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Es ist so lebhaft, es ist so dramatisch, dank der Streicher auch, die man zuhören bekommt. Es ist so auch gut gemacht mit den Drums im Hintergrund. Die Stimme ist so sanft, aber auch so perfekt für alles, was sie sagen möchte. Es ist ergreifend, wie sie über die Beziehung singt. Das ist so sehr direkt ausgedrückt. Es ist einfach ein makelloser Song, den ich nicht missen möchte, der auch wieder dieses Talent von Mitski einfach so zur Schau stellt. Ja, zum Eintauchen absolut perfekt gemacht. Auf Platz 6 ist dann James Blake mit dem Song Loading. Dieser Song ist für mich die perfekte Manifestation von den Stärken von James Blake. Und er vereint auch alle charakteristischen Merkmale dieses Sounds, den er so typisch macht. Also er ist extrem tanzbar, er ist sehr groovig, er ist sehr vorantreibend, er ist ein bisschen weird, er ist reichhaltig mit Synthesizern, es gibt ein paar Orgelklänge, es gibt diese gepitchten Vocals, die sich mit James dann normaler Bruststimme so ein bisschen abwechseln. Es passiert einfach sehr viel und gleichzeitig eigentlich nichts. Und das ist James Blake, wie er lebt und lebt. Es ist ein fetter Klangteppich, den man bekommt und es ist einfach nur ein herausragendes Lied, das ich sehr, sehr gern habe. Auf Platz 5 ist Bad Moms Jay mit dem Track Yeah Ho. Ich habe es schon so oft gesagt auf diesem Kanal, dieser Track ist für mich einfach einer der besten, ist für mich der beste Hip-Hop-Song des gesamten Jahres. Ich glaube, das war letztes Jahr schon so, dass Jordi diese Auszeichnung bekommen hat, heuer wieder. Es ist einfach nur richtig fett. Für mich einer der besten Songs in ihrer gesamten Diskografie, in ihrer jungen Karriere noch. Da geht alles einfach nur von vorne bis hinten in die Fresse. Ich liebe alles daran. Ja Ho, ich höre den jeden Tag zwölfmal so gefühlt und da geht man immer noch nicht auf die Nerven. Und der ist ihm vor einem Jahr rausgekommen. Also wirklich Hut ab, Jordi, fantastischer Song. Auf Platz 4, The Lemon Twigs mit When Winter Comes Around. Dieser Song ist für mich einfach nur die Definition von Elegy. Man wird so schnell sich wohlfühlen dort und das ist so, vielleicht ein bisschen kitschig, ist mir aber vollkommen egal. Es ist einfach nur schön. Diese Stimmen passen so perfekt ineinander. Ich weiß, es gibt zum Schluss diese weirden, lauten, diese laute Passage. Das hat aber für mich irgendwie mehr so etwas mit einem Stilmittel zu tun. Es erinnert mich an die Paukenmesse von Josef Heiden, dass man mal so aufwacht und dass man dann wieder so richtig zusammenfindet. Ich weiß, die Lemon Twigs polarisieren, aber hört euch diesen Song an. Das ist sowas von schön. Das sind die 60er Jahre, wie man sie im Jahr 2023 nicht erwarten würde. Sie können so modern klingen. Es ist ein wunderbarer Song. Natürlich ein bisschen kitschig, aber vollkommen egal. Einfach nur zum Hinschmelzen. Auf Platz 3 ist Semper mit dem Song Suspended. Ich weiß nicht, was es ist, aber zum ersten Mal, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, war ich sofort angezogen von ihm. Er hat so eine Eile, er hat so eine Notwendigkeit und schließlich auch immer wieder so eine gewisse Erlösung in sich zu bieten, die so von dieser größtmöglichen musikalischen Perfektion von Semper auch umgesetzt werden. Also man möchte mit Semper für immer über dieses Zeitraum-Kontinuum einfach sprechen, philosophieren und diese Mischung aus diesen futuristischen Klängen und den vermeintlich ruhigen Passagen, die macht es für mich einfach so spannend. Ich liebe Semper, ich liebe dieses neue Album, ich liebe diesen Song. War einfach sehr schön. Auf Platz 2 Sufjan Stevens mit dem Song Will Anybody Ever Love Me. Dieser Song macht wirklich etwas mit einem, er ist äußerst ergreifend, zeigt uns einfach, wie viel Sufjan Stevens dieses Jahr durchmachen hat müssen. Es ist unglaublich, wie er es umsetzen kann, seine Worte mit diesen Klängen in Verbindung zu bringen. Die Chöre fungieren hier als Echokammer für seinen Gesang. Die eingängige Melodie der Gitarre und das akzentuierte Piano machen dieses Lied einfach von der ersten Sekunde an zu einem absoluten Meisterwerk. Also ich weiß, dieser Song ist vielleicht nicht für jede Stimmung gemacht, aber er macht wirklich was mit einem. Er ist so kraftvoll und er ist so ehrlich und so schmerzhaft vielleicht auch, aber eben auch ein bisschen hoffnungsvoll. Und ich bin absolut ergriffen von allem, was Sufjan Stevens dieses Jahr gemacht hat. Aber das war sicherlich der beste Song dann auch noch dazu. Aber trotzdem, es hat knapp nicht für Platz 1 gereicht. Und Platz 1, Sie können es euch denken, weil wo war er? Er war noch nirgends. Es ist A&W von Lana Del Rey. Dieser Song ist einfach nur sieben Minuten Wahnsinn. Hohe Pace begleitet mit einer ganz fantastischen Entwicklung. Es gibt keinen Stillstand hier. Jack Antonoff hat etwas ganz Fantastisches geschaffen. Lana hat da wirklich super tolle Arbeit geleistet. Die Lyrics sind extrem spannend. Es passiert sehr viel. Es gibt diesen Shimmy Shimmy Coco Pop Teil, der dann auch wieder eine gewisse Vertrautheit nochmal rausholt. Dieser Track ist für mich nichts anderes als perfekt. Es ist so eine gewisse Anteaserung von Zerstörung, die immer wieder daherkommt. Aber man entscheidet sich dann trotzdem noch ein bisschen anders. Und es bleibt einfach nur was richtig Fettes, was Atemberaubendes übrig. Sieben Minuten voller Schönheit. Sieben Minuten voller Tatendrang. Sieben Minuten, die ich so nicht erwartet hätte. Aber die mich auch nicht mehr loslassen. Lana Del Rey, A&W, ist der Song des Jahres 2023 für mich. Das war die Liste der besten 100 Songs. Wir haben 50 besprochen, 25 intensiver des Jahres 2023. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte liked es, abonniert den Kanal, schreibt es mir in die Kommentare, wie eure Liste ausschaut. Und vergesst es bitte nicht. Eben, vielleicht schaut es mal in dieses Magazin rein. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder mit dem besten Album des Jahres 2023. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ciao.